Lieber Minister Antonialis, bedanke mich sehr für die Nominierung, freue mich, habe auch ein bisschen Schiss, gebe ich zu, aber ich habe drei liebe Freunde, die ich jetzt selber nominieren werde. Erstens, Herrn Krämer aus Belgien direkt, zweitens, Michael Yonen und drittens, Stefan Engels, mein Freund vom ersten Tag. Viel Spaß bei eurer Challenge. Vielen Dank.